Aufgrund dieser Bilder steht der türkische Moscheeverein Atib abermals unter Nationalismusverdacht. Denn auf diesen auf Facebook veröffentlichten Fotos sieht man Buben in Tarnanzügen eine Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg nachstellen. Das Jugendamt prüft nun die jugendgefährdenden Umtriebe, ebenso das beim Bundeskanzleramt angesiedelte Kultusamt. Die Bilder stammen offensichtlich von einer Veranstaltung, die Mitte März in der Atib-Union-Moschee in Wien-Brigitte-Nau stattgefunden hat. Doch solche Veranstaltungen finden nicht nur in Wien statt. Zu einem ähnlichen Event kommt es nämlich auch in Herford in Deutschland. Die Bilder aus dem Nachbarland sind ähnlich wie die aus Österreich. Buben in Tarnuniform, teils offensichtlich noch im Volksschulalter, sollen darauf die Schlacht von Gallipoli aus dem Jahr 1915 nachstellen. Kritik kommt auch von der Islamischen Glaubensgemeinschaft, der die Atib-Moschee unterstehen. Der Vizepräsident fordert vom Verein eine klare Stellungnahme zu den Vorkommnissen im Gebetshaus. Die Aktion schadet dem Ansehen der Muslime in Österreich schwer. Fassungslos zeigt sich auch Wiens FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp. Seine Partei warnt seit Jahren vor der Einflussnahme des türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan über das islamische Vereinswesen in Österreich. Auch für die Neos sind Kinder in Uniform absolut unakzeptabel, so Wiens Klubobfrau Beate Meindl-Reisinger.